So Leute, ich bin fast fertig im Ehrenfeld, in der Gaststätte, in der Bar Ehrenfeld, in Köln Ehrenfeld, in der Kepplerstraße. Ich denke mal, das hier ist vier Meter breit, etwas über zwei Meter hoch, 2,80 vielleicht, ich weiß es nicht. Das müsste mit der richtigen Beleuchtung doch nachts ganz cool wirken, oder? Da fehlt ja noch was, ich habe die Flasche vergessen, aber ihr seht die Zahnbürste. Jo, besucht das Ehrenfeld in der Kepplerstraße. Bis dann, wir sehen uns.